Hallo Leute, heute schauen wir uns an diesen Panasonic Blu-Ray Disc Recorder. Dieses Gerät für den Satellitenempfang zeichnet nicht nur Ihre Lieblingssendungen auf der integrierten 500 GB Festplatte auf, sondern spielt sie auch ab, archiviert sie, sogar auf Blu-Ray Disc TM. Dank des eingebauten Twin Tuners können Sie das volle Potenzial der hochauflösenden Welt nutzen, zwei Programme gleichzeitig aufnehmen oder Video-on-Demand-Dienste wie Netflix, Amazon Video während einer laufenden Aufnahme verwenden. Der Recorder skaliert auch Full HD Blu-Ray Discs TM auf Ultra HD Qualität hoch und überträgt 4K Inhalte die Urlaubsfotos und Videos direkt von der Digitalkamera oder dem Camcorder in beeindruckender Bildqualität auf Ihrem 4K-kompatiblen Fernseher. Warum es sich rentiert, diesen Panasonic Blu-Ray Recorder zu beachten und auszupacken. So, it's time to unpack this baby and then we're going to talk about some of its features. It's a lot of fun. Machen Sie sich unabhängig von Sendezeiten. Dieses Gerät für den Satellitenempfang speichert Ihre Lieblingssendungen auf der integrierten 500 GB Bestplatte, spielt sie ab und archiviert sie, sogar auf Blu-Ray Disc TM. This next feature I really like. Möglichkeit zur gleichzeitigen Aufnahme von zwei Programmen oder Nutzung von Video-on-Demand-Diensten während einer laufenden Aufnahme dank des eingebauten Twin Tuners. Hey, it's 2024, 2024. Ohne dieses Gerät, Bildmerschauen kann keinen Spaß machen. Verbesserung der Qualität von Full HD Blu-Ray Discs TM auf Ultra HD und Übertragungen von 4K-Inhalten von digitalen Geräten direkt auf Ihren 4K-Fernseher. Vielfältige Anschlüsse. Lots of ways to connect. Panasonic offers lots of ways to connect. Vielfältige Anschlüsse, einschließlich HDMI, digitaler Audioausgang, SCART und zwei USB 2.0-Ports. Hey, and of course we've got a wireless connection for Internet and for live TV streaming. Unterstützung von DLNA, HBB TV, Miracast and Smart TV für erweiterte Netzwerkfunktionen. I already mentioned it, but I'm going to say it again. Muss es wiederholen. Compatibilität mit Internet-Anwendungen wie Netflix, Amazon Prime Video and Max Dome. Video und Audio Qualität. If you want to have a really high picture quality, you need this. HD 4K 60-Frame Format. There's only one disadvantage to this Panasonic. It doesn't have a record player, but it has 3D, BD-ROM, BDR, DVD, CD und mehr. Vielfältige Video- und Audioformate. Darunter MPEG-2, MKW, AW-CHD, MP4, DSD, FLAC und mehr. Energiesparendes Design. Und ein aktuelles Thema. Die jährlichen Energiekosten sind sehr wenig. Design und Größe. Hier vorne Glanz schwarz und Silber oben drauf. Kompakte Abmessung. 4,30 x 59 x 1,99 mm. Und ein leichtes Gewicht. 2,2 kg. Und jetzt ein bisschen über die Fernbedienung. Und ein sehr schöne Fernbedienung. Sehr leicht, wenn du daheim sitzt im Sessel. Alles, was du brauchst. Diese Fernbedienung hat alles, was man braucht natürlich. On, off. Channel change. Und ich sehe Video-Menu Guide. Ich sehe den Internet-Button. Netflix-Button. Record. Alles, was man braucht. So, on the back, we've got our AC inputs. We've got the L and B in two, one and two. We've got AV out by HDMI, a LAN connection, another HDD, and coaxial. And don't forget, we've got a nice fan back here from Java to keep your baby cool. Und jetzt, warum Sie diesen Panasonic Blu-ray Disc Recorder brauchen, hier bei uns in Mandrops. I want to remind you that you can get this wonderful, wonderful thing right here in our shop at Mandrops. And just follow our link downstairs. Wir bieten eine zweijährige Garantie an. Two-Years-Garantie. Und wir sind autorisierten Händler von Panasonic. Wenn was gibt, bring es vorbei, wir reparieren es hier oder schicken es nach Panasonic. Und falls es nicht anders geht, natürlich bekommen Sie einen Ersatz. So, those are the reasons. Das sind die Gründe, dass Sie diese Panasonic brauchen. Schönes Gerät. Und wenn Sie Kommentare haben, Fragen, kontaktieren Sie uns. Liken, kommentieren. Und danke fürs Kommen. Mandrops.de Ich bin der Daniel. Vielleicht hast du Lust, ein paar von unseren anderen Videos auch anzuschauen. Bitte abonnieren und liken. Und wir finden viele Dinge. Die